Wir haben ungefähr die Größe noch einmal mit drei Stück, das ist so die Musterentwicklung für die Feststoffkostüme. Wir haben so einen gleichen Raum noch einmal für elastig. Wir haben unheimlich viel mit dem Thema elastig zu tun, weil wir viele Festtyps haben, viele Bodies, die ganzen Tanzwachen. Es sind elastische Werkstoffe, alles was der Pfisten eingeht, ist fast ausschließlich elastig. Und da sind die Maschinen natürlich an uns eingestellt, aber auch das Know-How der Menschen ist eigentlich nicht so ausgeprägt. Wir haben ein spezielles Setup für. Und haben ungefähr in der Größe noch einmal das Ganze als Fertigungswerkstatt. Zusammen mit der Fertigungswerkstatt machen wir 6.000 Urteile pro Jahr. Davon entstehen 1.500 hier. Das sind aber die ersten Muster, die wir schon waren. Den Rest machen wir mit Partnern in der Umgebung. Das sind in der Regel kleine Ateliers und Gewerke hier in Hamburg bis nach Berlin raus, die uns da zuarbeiten.